Die Diener der Nacht sind hier. Das ist verdammt stark. Au. Da kommt eine richtige Knüppeltruppe jetzt ein. Gelatscht. Oh, der ist aus der Reichweite. Ich höre, seid auf der Hut. Dafür habe ich ja den Trupp da unten gelassen. So, was brauchen wir noch für unsere kleine Armee? Opsala. Besten Fünfheilerinnen noch dazu. Okay, jetzt muss ich die mal zusammen trommeln, wo auch immer die überall sind. Mein Bogen für die Rune. Und da noch mehr Wandererinnen. Die habe ich irgendwie ein bisschen lieber als ... Oh je, nur tauchen. Zur Stelle. Schon unterwegs. Ja, sofort. Ja? Du bist ... Was ist euer Begehr? Geht weg! Ja. Ja? Ich eile. Sprecht! Was ist euer Begehr? Warum habe ich jetzt Sex? Schon unterwegs. Äh, wo habe ich aus Versehen was abgezogen? Wahrscheinlich hier unten, ne? Ja. Zur Stelle. Ich eile. So, die Jägergilde müsste hier irgendwo sein. Wohin soll ich gehen? Ich höre ... In Windeseile. Rasch wie der Wind. Was soll ich tun? Ja, und los! So. Schnell! Sofort! Oh. Hier killt was ... Und los! In die Schlacht! Vorsicht, Gegner! Wies, man! Stand halten, Männer! Und los! Folgt mir! Schnell! Schnell! Mir nach! Schnell! 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 In die Schlacht! Oh, da ist auch ein Minutaurenlager. Oh, da ist auch ein Minutaurenlager. Und da ist das Minutaurenhauptlager. Und los! Sofort! Sofort! Und los! Und los! Und los! Folgt mir! Ach! Spinnen und Biesten beim Bekämpfen sich hier an manchen Stellen. Mir nach! Und los! Und los! Sofort! Zum Angriff! Geht weg! Die Diener der Nacht sind hier! Schnell! In die Schlacht! Wir sind in Gefahr! Schnell! In die Schlacht! In die Schlacht! Fahrt, fahrt mit euch. Was? Sie kreisen uns ein. Ach, ich bin da hinten drauf. Feinde! Zu den Bögen! Der Tote Minotaurus hat hier Augenfadde und wir tauchten den Schaumfadde und wahrscheinlich nicht bekommen zu sein. Wir sind in Gefahr! Hier drückt es noch alles in Ordnung. Oh, ein Heldenmonument. Das ist auch nicht unpraktisch. Jaaa! Sofort! Mir nach! Es sind zu viele! Oh, die Aurochs fangen an aggressiv zu werden. Vorwärts! Sofort! Schnell! Okay! Und ein paar Eismagierinnen für oben. Mars! Vorwärts! 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 Mit euch! Feinde! Zu den Bögen! Die Diener der Nacht sind hier! Oh, da ist noch ein kleineres Lager dahinten in der Ecke. Da wäre ein Weg weiter. Achso, deswegen, da kommen Oh, Donnerhort, du siehst ja klein aus. Ich glaube, noch zweimal können wir erhöhen. Eine Mannspitter, geborstener Zwergenheilf. Okay. Was soll ich tun? Mir nach. Noch ein Ork? Zum Angriff! Vorsicht, Gegner! Ork. Wehrt euch, Schwestern! Runenkrieger, zu mir! Wehrt euch, Schwestern! Dann mal gucken, ob es hier eine Verbindung zu den Orochs gibt, oder ob wir einen anderen Weg nehmen müssen, sobald wir auf dieser Seite Ruhe haben. Noch ein mehr Alarmantieren, geborstener Zwerg Harnisch. Zone der Heilungsstufe 4. Da sag ich nicht nein dazu. So. Das heißt, dich kann ich wegwerfen, kann dich dafür reinnehmen. Ha. Perfekt. Okay, mehr Minotaurin von da. Das ist aber noch nicht so wild. Lenja da oben, hm. Brauchen wir aber jetzt nicht so viel unbedingt. Also ja, allemal empfinde ich, dass der Schwertfels ein cooler Ort ist eigentlich. Auf mein Zeichen! Mir nach! Und los! Schnell! In die Schlacht! Da ist der Urok abgeblieben, hm. Geet weg! Sofort! Schnell! So, dann eben erst mal ein paar Spinnen loswerden. Ich höre... Wir sind in Gefahr! Oh, jetzt wird's ja hier unten aber langsam ein bisschen ungemütlich mit den Urokums. Ja! Vorwärts! Zur Ehre Aonius! Wehrt euch, Schwestern! So, Spinnen, habt ihr hier was versteckt? Stand halt, Banner! Geht weg! Wir spinnen! Oh, und einen... Ja! Sofort! Hier den Benutzstein! Schnell! Aber ja gut, gegen unsere Verteidigung machen die Urooks kein gutes Gesicht. Schnell, bis zum Beispiel! Geld!